Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich bin Christine Hustoliana und habe für dich diese systemische Weihnachtsgeschichte geschrieben. Eine Geschichte in mehreren Serien, hier in 13 Teilen. Mama, Familie, was ist das? Fragt die 5-jährige Lisa, sie lebt mit ihrer Mutter in den 50er Jahren in einer winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung. Es ist Advent. Und sie fragt, Mama, Familie, was ist das? Auf dieser langen Reise erlebt Elisa viele Abenteuer, Geschichten und tiefe Einsichten. Mosaik für Mosaikstein fügt sie ihre Familie zusammen, bis sie nach und nach das Bild ihrer Familie in ihrer Seele findet. Jetzt lade ich dich ein zu Kapitel 5, Serie 1, Teil 9, Papa. Mama, Familie, was ist das? Der Traum, Papa. Diesen Abend konnte das Kind nicht mit Mutter in der Küche sitzen und spielen. Die Frau hatte die große Zinkbadenwanne aus dem Keller heraufgeholt, diese in der Küche aufgestellt und fest eingeheizt. Jetzt musste Elisa baden, heißen, selbstgesammelten Lindenblütentee trinken und sich sofort, dick eingepackt, ins Bett legen. So schlief das Kind selig ein, bis mitten in der Nacht, ein heftiges Zittern und Frieren es aus dem Schlaf riss. Was war das, was es geträumt hatte? Steif vor Schreck lag sie wach und sah nochmals den Traum vor sich wie in einem Film ablaufen. Sie und Mutter waren draußen auf freiem Feld, an einem kleinen Häuschen am Wald des Rangs. Vor ihnen war ein weites Land mit einem kleinen Dörfchen. Nicht weit vor ihnen, nicht weit vor ihnen. Es war dunkle, stockdunkle Nacht. Und über ihnen direkt vom dunklen Himmel herunter hing ihr Adventskreis. Groß, mit schönen roten Bändern. Und den vier roten Kerzen. Die Stimmung war dunkel, furchterregend. Und das einzige Licht, das brannte, war das der Kerze. Vereinzelte Lichter in den fernen Häusern. Elisa und ihre Mutter schauten gebannig auf das Licht und beteten. Im Rücken spürte Elisa war große Gefahr. Todesgefahr. Dort lauerte ein Mörder. Sie hatte solche Angst, dass sie am ganzen Körper zitterte und ihre Zähne aufeinanderschlugen. Sie wusste, sie waren wie durch eine unsichtbare Linie getrennt. Sie konnte die Linie mit den Augen in ihrem Rücken sehen. Mit ihren richtigen Augen durfte sie um Himmels Willen nicht dorthin schauen. Das wusste sie. Der Mörder würde sie und Mutter da in den Hinterhalt hineinziehen. Und dann wären sie verloren. Es half nur eines, wie gebannt, auf das winzige Licht zu schauen und so schnell zu beten, wie sie nur konnten, um ja nichts zu denken. Und plötzlich, plötzlich kam aus dem Dunkel, dem Hinterhalt, ein Mann. Zunächst fühlte er sich bedrohlich an und die beiden beteten mit voller Kraft, um nicht von ihm hineingezogen zu werden. Dann überschritt er die Linie und der Bann war wie gebrochen. Elisa sah mit ihren Augen im Rücken mit Verwunderung, dass es ihr Vater war. Und als er sich neben Mutter stellte und auch er zum Licht sah, waren sie zusammen. Sie, Vater, Mutter, Kind, eine Familie, erst jetzt war sie fähig, nach Mama zu rufen. Das Kind lag mit fürchterlichen Halsschmerzen, hohem Fieber und klatschnassgeschwitztem Körper im Bett. Erst als die Mutter sie umgezogen, ihr einen dicken Schweineschmalz Halsbickel machte und sich zu ihr legte, schlief sie friedlich ein. Bis am nächsten Tag die Sonnenstrahlen, die durch die herrlichen Eisblumen am Fenster schienen, Elisa weckte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020